Ich bin drin, ja. Ich bin drin, ja. Ich glaub mal war. Ja. Brownsea ist tot, war der Jäger. Haben den Castle. Ich hab ne Mirror. Bottom-Wright ist die Middle-C. Haben den Mirror von Long-Whears. Pillar Swan Castle. Ok. Sven, du kannst einfach droppen und in die Tür rein. Riening-Tür rein und planten. Hinterm Schrank. Da ist rechts ein Schrank. Ja, jetzt kannst du planten. Planting, wird gepusht. Ok. Sorry. Ich habe 90 gehalten. Wurde sie durch eine 9mm Kugel ausgelöst. Ja, ja, ja. Ah, er läuft oben raus. Fuck. Reading. Mist. Ich habe mir schon gedacht, dass da raus war. Ich dachte, der piekt unten. Scheine, keine Drohne. Gehe. Darf matured. Haha! Daneben eigentlich! Ja? Na und? Jetzt ist wieder... Piano? Ich droppe mal weiter, komm mal. Ja, Piano sagt Leurs. Ja, die Hedge ist... äh... hart. Die fallt nach White. Geht kein Hardbridge. Müssen wir Cocktail und so? Naja, aber ich... das... wenn noch mal bauen. Ich will hier was bauen. Widget is close im Cubby. Äh... 5 HP. Cocktail ist die... ist die Ella. Äh... Piano kommt, Sieger. Ella ist runtergefallen nach Brownstead. I did it! Zwei... einer Top Red, einer in... äh... Smallbar in... Piano. Kommt Sieger. Red kommt Sieger. Der Jäger. Schade. Let's try. Mwau. 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 Da hat's viel gelehr. I did it once, I will do it again. Mwau. 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 Frosttrip? Noch? Ja, da ist noch mehr Ich hol's von der Seite Ja Okay, ähm Plus, der ist Plus, der ist, okay Acen mir die Wand hier auf Fall zurück in Kitchen Äh, oben in Überfreezer Ist noch ne Kitechart? Nein Wir fahren über der Seite auf Sind jetzt Vertical Einer ist Garage draußen Und Drohnen Kitchen Ist Wedding drin Wedding drin, Baba Okay, okay, okay Wedding dead Wedding dead Letzter Spa Äh, Brown says bottom Ich hab nur ne Bakerycam Ist okay Ja Ich hab den Walk-In Ich hab den Walk-In von der Tür Können Save spielen, ich hab das Er sieht mich nicht Ich halte ihn, ich halte ihn in eine andere Richtung Achso Ich hör was bei Wedding Wedding, ja Wedding drin Am Baba am Breach Hatte kämpfen Schön Falschen Breach gedacht Ich hab unseren Standard Breach gepfriert Achtung Achso 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 Der was another one Breach Wut ist zum White window, white window Ach komm, White's der ist draußen, Upstract on Rookle Hat doch nen Pull-It-Hole Ehh Das ist ein Zero White's der ist draußen, sagst du? Ja, aber Keine Ahnung Zero hat vom Skyler, glaub ich, geschossen Kann sein, dass er wieder hoch ist Ja Ja, um Skyler setzt definitiv was Keine Ahnung Sorry, das ist mein Fall Zumindest zum Teil, auch wenn der in der Position spielt, wo ich gerade bin, man Das will nicht viel sein Jetzt Bar ist einer oben New Job Ja Ich versuche hochzukommen, aber Top white, top white, top white, top white Ah, da, ich, ja Ich dachte Oben einer ist, der ist nicht an dem Raiding Links Also hier links Ja Schade Schade Nice try White window Schade Scanning Das war glaub ich Die Red Touch Das war glaub ich Die Red Touch Rappled white window Ey, ähm,bar dropped dead Wide window Wide window Hit Gleich Bzw. Aus Dach Piano? 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 Die machen gerade die Rund auf Die haben das gedrohnt, habt ihr Drohne? Ich gebe Ass Ich gebe Ass Ich gebe Ass auf Skylight auch noch Ja Ja Eine, zwei noch an der Red Head Einer Haben wir White im geblieben, gerade alle noch Red Okay, ich gehe wieder White zurück Alles gut Einer in Minibar Zwei an der Red Head Was ist Minibar? Ja, in Piano, in Piano Einer Sieger, einer Top Red Der kommt runter zu mir Piano Der Piano push hat mich Das ist eine Sledge Top Red, dead Carrier denied, Top Red Was war der? Der ist Sledge Piano, Piano, Piano Piano Top Red Ripped Man, oh Warum müsst ihr erst alle sterben, damit ich Kills kriege? Weiß ich nicht Weil wir gerade ein bisschen aggressiver gespielt haben Schön gemacht auf jeden Fall Hast du jetzt dann noch eine Runde Chance Ich Also ich nicht, aber Ich spiel noch eine Runde mit Ich auch Auf